so wollen wir mal gucken was heute so zum testen gibt bzw was ihr zu sehen bekommt und zwar ist es wieder meine blackbox batterie und zwar die blackbox berserker viel spaß berserker von blackbox mit 10 schuss kaliber 25 millimeter ich finde quackling palmer richtig geil und deswegen habe ich mir die mal gekauft hier sogar schon eine von 145 gramm und dann sehen wir uns gleich beim test und dann sehen wir uns gleich beim testen